Erwünschte es, Freund, ein Licht, das mit dem Neuen nun anbricht, durch Jesu, unseren Hirten, wir, die hier sonst in Todesternirten empfinden reichlich nur, wie Gott zu uns den längst erwünschten Hirten sendet, der unsere Seele speist und unseren Gaul, Schmort und Geist zum rechten Wege wendet. Wir seiner Welt, das Volk, empfinden seine Kraft, in seiner Hand allein ist was uns Lapsal schafft, was unser Herze kräftig stärkt, er liebt uns seine Hirne, die seinen Trost und Beinstand merkt. Er zieht sie vom Eitlen von der Erde, auf ihn zu schauen und jederzeit auf seine Huld zu trauen. O Hirte, so sich vor die Hirte gibt, der bis ins Grat und bis in Tod sie lebt. Sein Arm kann denen Feinden wehren, sein Sorgen kann uns Schafe geistlich nähren. Ja, könnt die Zeit nur's finstre Tal zu gehen, so hilft und tröstet uns sein sanfter Stahl. Der bis ins Grat und bis ins Grat und bis ins Grat. Der bis ins Grat und bis ins Grat. Der bis ins Grat und bis ins Grat. Der 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 bis ins Grat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020